Signierpause. Du bist die erste gewesen und hast eine Karte gebastelt. Warum denn? Ja, also vor zehn Jahren habe ich angefangen Bio zu studieren und es war teilweise sehr demotivierend, gerade die Basismodule auf Lehramt. Und dann habe ich irgendwann nachts beim Lernen Medical Detectives gesehen und war so begeistert mit wie viel Enthusiasmus du über deine Themen gesprochen hast. Und du hast mich zehn Jahre begleitet. Auf jeden Fall mindestens fünf. Und heute bin ich Biolehrerin und halte teilweise selber Vorträge. Über was? Im pädagogischen Bereich, Mental Health und Schule beispielsweise. Genau, wobei da natürlich auch viel neuropsychologisch zusammenkommt an den Stellen. Was war das langweiligste Basismodul? Oh mein Gott, Evolution. Und was ist das Spannendste, was du heute in der Biologie so kennengelernt hast in den letzten ein, zwei Jahren und was dir über die Füße gelaufen ist? Im verhaltensbiologischen Bereich und Genetik. Ja, also kannst du empfehlen, das Biostudium, auch wenn es ein bisschen zäh am Anfang ist? Auf jeden Fall. Ihr müsst nur die Grundlagen und Basismodule überstehen und dann wird das auf jeden Fall los. Sehr, sehr gut. Also ich nehme mal deine Karte. Vielen herzlichen Dank. Da bin ich schon ganz gespannt und die mache ich dann auch und werde mich daran freuen, dass du Lehrerin geworden bist. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.